Was ist dein Lieblingsraum in der Kita? Mein Lieblingsraum ist eigentlich nicht innen, sondern draußen, der Garten. Der Lieblingsraum ist die Turnhalle und wenn ich den Garten auch als Raum wählen darf, dann auf jeden Fall auch den Garten. Ja, weil sie bei uns viel Platz haben zum Toben, zum Spielen, zum Ausgelassen, sich bewegen. Da würde ich den Garten auf jeden Fall mit dazu nehmen. In der Kita ist der Lieblingsraum mein Gruppenraum. Der ist gemütlich, die Kinder können entspannen, schön spielen. Mein Lieblingsraum ist der Garten. Da kann man ganz viel entdecken, kann man Spannendes sehen, Tiere beobachten und das macht mir am allermeisten Spaß. Mein Lieblingsraum in der Kita ist die Turnhalle, weil wie schon gesagt, ich liebe es mit den Kindern Angebote zu machen, wo sie stark sein können, sich austoben können. Mein Lieblingsraum in der Kita ist der Gruppenraum, weil man den einfach individuell gestalten kann und sehr vielfältig benutzen kann.